Es gibt mehr da draußen. Als nur schön zu spielen. Ich gehe oft zurück zu der Quelle. Also woher kommt diese Musik? Aber nicht nur die Tone, sondern die ganze Geschichte. So, this is where you would have first practiced the violin. That's right. It was Yehudi Menuhin, the violinist, you know, who lived. Yes, opposite the church, yeah. And my mother was the secretary. Oh, amazing. Diese Geschichte ist voll mit Gewalt, mit Glück, mit Unglück, mit Entwurzelung und mit Reisen. Jedes Mal, wenn man versucht, irgendwie wegzukommen, dann ruht es einen wieder ein. Das ist einfach super. Und zum Glück haben wir noch ein Konzert gleich.